Hey, meine lieben Schlafversuchenden und natürlich herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal SailorDream ASMR und heute haben wir den 16. Dezember und somit sind wir heute wieder dran, ein Türchen zu öffnen und ich bin wieder mal sehr, sehr gespannt, was sich darin befinden wird. Nicht mehr lang und wir haben den 24. Das ist so, so krass. Okay, ich würde sagen, wir machen es mal auf. Oh, das ist ja cool. Okay, ich zeige euch das gleich mal. Allersten mal muss ich in diesen Zettel hier raussuchen. Okay, ein Tängeligstift und selbstgeschöpftes Papier. Hoffe es gefällt. Na, habe ich es mir doch gerade schon gedacht. Beim Rausziehenziehen. Mega, mega cool. Ich habe das schon mal bei ihr gesehen, wie sie das gemacht hat. Schaut mal. Richtig, richtig cool. Richtig, richtig cool. Das werde ich auch sicherlich für was richtig Besonderes verwenden. Ich mag die Sounds davon irgendwie auch sehr. Okay, wir schauen mal weiter. Da ist ja noch ein Tängeligstift drin. Oh, wie cool. Das ist ja geil. Ich glaube, so einen Stift habe ich schon mal bei der lieben Candlelight ASMR gesehen. Das war das Schlaflabor-Video. Schaut da auch unbedingt mal vorbei. Ich werde euch das auch mal in der Beschreibung und in der Infobox verlinken. Wie geil. Schaut mal. Mama. Ach, bitte wundert euch nicht. Heute ist hier sehr, sehr toll Sturm. Oh mein Gott, der ist richtig cool. Oh mein Gott. Ich bin gerade echt mega begeistert. Ja, geil. Den werde ich so was von benutzen. In Roe Place. Wie geil. Na, das wird definitiv mein Lieblingskulli. Und da ich ja eh im Homeoffice arbeite, kann ich niemanden nerven damit. Danke, 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 liebe Forest of Inspiration. Richtig, richtig cool. Okay. Und das könnte ich stundenlang machen. Ich hoffe, ihr mögt das Geräusch genauso wie ich. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Okay, ich werde mal noch ein paar Sounds, mit dem wir selbst geschöpften Papier machen. Ich bin gerade mal in die Kommentare schreiben. Überstieg. Also, ich werde mal in die Kommentare schauen. Okay, ich werde mal noch ein paar Sachen in die Kommentare schauen. Also, ich werde mal in die Kommentare Buchmes hoch drauf. Ich bin gerade auch noch ein paar Sachen. Und ich werde mal in die Kommentare schreiben. Also, ich werde mir gerne nachdenken. Das war's für heute. Das war's für heute. Mit diesem Türchen. Ich find's echt mega, mega cool, was da drin war. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung zu diesem Türchen in die Kommentare schreiben. Also, ich liebe diesen Stift und das Papier. Das macht echt mega, mega tolle Sounds. Genau, und vergesst nicht, morgen bei der lieben Forest of Inspiration vorbeizuschauen, um zu sehen, was ich ihr in ihr Türchen gepackt habe. Und ich würde sagen, ich wünsche euch eine gute Nacht. Das war's für heute.